die Katze so oder auch wieder das ist mein Zeug glaube ich macht die Katze aufstehen du musst du doch schon komm her los macht Liebe meine kleinen die Katze gleich okay Leute so ich glaube wir brauchen das mal ernsthaft ein Plan ich bin dafür dass das wir uns eine Mobfalle bauen damit wir Level farben wofür brauchen wir Level zum enchanten damit du nicht so leicht krepierst wie sonst immer wir brauchen aber erstmal auch ähm überhaupt Zeug das wir enchanten können bedeutet Eisen oder ähm Diamant Zeug warum Steinzeug kann man doch auch enchanten ah DIN 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 ähm ich wär immer noch dafür dass wir uns irgendeine Mine suchen aber nicht die gleiche sondern irgendeine andere so hallo Shui oh mein Gott das sieht in dem Texture Pack so scheiße aus geil ja und wie oh Gold DOLI du hast mir mir nen Schaufel nicht gegeben DOLI du hast mir mal nen Schaufel nicht gegeben DOLI du hast mir meine Schaufel nicht gegeben DOLI du hast mir meinen Schaufel nicht gegeben Ich hab die Samen von Olli gesnatcht. Es war so klar, dass das jetzt kommt. Okay, ich mach jetzt auf jeden Fall mal kleines Vollvoll. So, ich hab jetzt hier noch Eisen. Sechs Stück, wow. Sechs Stück. Zwo, vier, seck. Wer hat kein Eisenschwert? Ich hab kein Eisenschwert, ich hab ein Diamantschwert. Ich hab ein Eisenschwert, das fast kaputt ist. Wer hat kein Schwert besser als Stein? Ein Schwert, was fast kaputt ist. Wer hat keine Spitzhacke besser als Stein? Ich. Ich. Okay, dann machen wir zwei Eisenspitzhacken aus den sechs Eisen. Ich schau mal zu unserem Verzauberungszeugs dahinter. Und Maxi erstmal am Angeln. Ich würd sagen, die Fische, die du angelst, verschwendest du nicht für Katzen. Wir brauchen unbedingt Essen. Ich scheiß auf Feuer essen. Ich würd sie wahrscheinlich sowieso nicht selber essen dürfen. Natürlich. Wenn du essen brauchst, darfst du sie natürlich essen. Ich suche mal Maxis Katzen wegschwimmen, damit die zu Maxi-Teapläten werden. Ey, irgendwie baktisch fischen gerade. Maxi, guck mal hinter dich. Oh, Katschi! Haben wir Melonen? Nein, haben wir nicht. Fuck. Maxi, guck mal hinter dich. Ey. Ey, das Fischenback total. Nein, glaub ich immer. Maxis Katzen weg. Geflöshung. judgments in der Welt. So, die Samen hat ihn gerade einmal das Gewitter vorbei und jetzt fängt es an zu regnen, weischt? Weischt. 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 Junge, das Fischen backed gerade so rum. Es geht runter, ich hol es und krieg keinen Fisch. Gut gemacht. Schuy. Warte, bleib mal stehen! Oh, Maxi, ich bin ein armer Mann, danke. Trotzdem brauchen wir Holz. Wir brauchen generell Zeugs, wir müssen wirklich nochmal Minen gehen jetzt. Ja, du kannst Minen gehen. Er wollte jetzt nicht Minen gehen, wollte das mit Steinzeug die ganze Zeit hier rumhängen und den Ender Drachen besiegen. Maxi? Ja, was denn? Wo ist deine Katze? Die hat sich komischerweise wieder zu mir tepiert, ich will nicht wissen, was ihr für einen Scheiß gemacht habt. Und ohne eine Spade? Ja, Maxi, ich bring dir mal deine Spitzhacke, die Eisen. Ey, wo ist meine Angel? So, die habe ich da oben gelassen. Da, Maxi. Danke. Bitte. Moment, ich hab sie gar nicht. Doch, hast du. Doch hab ich. Schön, dass auf Skype jemand online gekommen ist. Interessiert mich nicht. Schön, dass ich auch beschäftigt stehe. Ja. 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 Super, Shoei. Und Sand auf sie drauf. Ist ja gar kein Mordversuch. Der Sand war schon davor. Guck, schwebender Sand, Maxi. Wenn ich da das Wasser drüber machen würde, würde er da einkippen. Siehst du? Und warum hast du was dazu? Nee, hoff ihn gemacht. Weil ich deine Kasse zu dir schwimmen wollte. Just vertrauen. Los, steht ein Sand. Okay, aber wirklich, bevor wir Minen gehen, brauchen wir auf jeden Fall Essen. Ja, Knochen. Ja, Knochen. Oh, hier sind noch 33 Gold, die wir nicht brauchen. Okay, Kohle haben wir hier noch. Warum heute schon mal? Weil, äh, weil Käse. Das Angeln backt. Oh, dieser Regen, ne? Der geht mir ganz ehrlich. Oh, ein Sock. Ja. Super, Shoei. Dank dir kommt jetzt meine Katze nicht mehr aus dem Wasser raus. Ja, das tut mir leid, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Hey, Leute. Ah, jetzt ist es hier draußen, Maxi. Maxi, warum siehst du denn alles immer so negativ? Weil ihr alles negativ meint. Nein! Ich würd's jetzt auch sagen können, geil, Planschparty mit meiner Katze. Planschparty. Katze, komm! Hier ist eine Höhle. Oh, Creeper, die Creeper rennt echt von der Katze weg. Ja. So sind die Probleme. Wie episch! Wie episch! Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ich wusste es zwar schon, aber... Lauf! Lauf, komm! Katze! Ähm, Maxi, bitte nicht das Haus schrotten. Ne, ne, ich hab schon aufgepasst. Komm, Katze. Jetzt komm mal ins untere Stockwerk. Und unser Stockwerk. Ich bin mal schon wieder in der Höhle drin, ja. Warum liegen da nicht so just das Fackeln? Eisen! Wow! Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ey, wer hat grad mal eine Katze geschwemmt? Boah, es ist chillt meine Katze hier nicht in die Lava laufen! Und sie ist in die Lava gelaufen. Welcher Spacke hat grad meine Katze weggespielt? Ich hab sie aus Versehen geschlagen, weißt du? Alles hier, irgendwie müssen die Fackeln in der Gegend drauf standen. Ah, Shui, jetzt ist sie gestorben! Maxi, ich such schon... Ja, Shui ist der Katzentöter. Ja, aber unabsichtlich! Maxi, du bist trotzdem der Katzentöter! Wer stellt seine Katze vor einer Fackel? Vor einer Fackel? Wer stellt seine Katze vor einer Fackel? Jeder normale Mensch. Ja, würd ich auch sagen. Nein! Maxi, ich angel schon mal für dich. Alter! Da ist ein Spinnreiter! Screenshot! Fisch! Ich tu mal das Essen hier in die Kiste. Maxi, du brauchst doch eine Mindestiefe! Den Fisch hab ich gerade reingetan, aber ich brauch den jetzt echt, denn... Ich hab nur nur halbes Herz und nichts. Ja, Brot ist auch da drinnen, also... Echt? Ja, okay. Geil. Ich esse nur eins. Mach das. Ich brauch mal grad ein bisschen Eisen ab, gell? Aber ich bin grad zu einer geilen Höhle, wo nicht so viel los ist. Ja. Dann fisch ich mal weiter für uns, damit wir... Ja, in der anderen Höhle war so viel los. War viel zu viel Lara. Ja. 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 Okay, ich hab schon mal einen Fisch. Okay. Was hast du? Ich hab zwei Fisch. Creeper... Creeper! 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 Oh, halbes Herz! Ich weiß nicht, wo fisch, du bitte! Mh, vor unserem Baumhaus... erneut also in die Park des Führerschloss gefunden alter WCF das ist eine neue hat zu machen Fick dich, Creeper du kannst sagt mein Dick fuck you, Creeper Woa, äh Dingens, wie heißt es, wenn der Mond überhaupt nicht zu sehen ist? Mond nicht Neumond Neumond, genau Alter, wo ist der Creeper? Ach, der ist in Lava gelaufen Soll ich Enderman fighting? Ja, nein, vielleicht Umfrage starten, jetzt auf Darkrow Ja, auf Darkrow.de Gibt's jetzt übrigens eine Umfragemöglichkeit Ach, ich hab heute mal deine ganzen Infos für jedermann geschaut Ach, ernsthaft Alter, hier ist voll die Hardcore-Schlucht Das ist voll die Hardcore-Schlucht, man Alter Alter, ich bin gleich rot Hallo Enderman Aua Hallo Qualle, hör auf neben meinem Ding rumzuschmeln Oli, ich will ganz gechillt angeln Ich fand dich Okay, hab drei Fische Irgendwie bugt das Fischen Alter, muss man Screenshots von machen, das ist ja Hardcore Maxime, folgt mich seit dem guten Platz Ich hab jetzt keinen Bock Enderman zu suchen Maxi, wo bist du in die Höhle? Keine Ahnung, wenn du aus der Wüste rausläufst in diesen Wald, den normalen Wald Da geht's runter Also am Anfang ist direkt ein Höhlenanfang Aber ich geh jetzt gleich raus, weil ich hab ein bisschen viel Eisen Okay Also Für unsere Verhältnisse viel Eisen Also drei Ja, nein, ähm, 32 Ja, ist doch in Ordnung Da sind zwei Skelette, die unser Haus belagern Warum sind da immer noch keine Türen? Maxi! Maxi hinter dir Was ist denn das Zeilen, wo ich angel? Ja, ich weiß schon wahrscheinlich schon, wo du angelst, aber Ich hätte jetzt erstmal ne Tür bauen und ist sehr ätzend Hast du ein paar Knochen dabei, Maxi? Nein Wobei, warte, ich hab fünf Knochen von Skeletten Ja, ist gut, dann können wir wieder ein bisschen Brot machen Wir brauchen eindeutig mehr Essen Wir müssen aber um das Figur achten Ja Nur Brot und Wasser Wow, hab ich da gerade ein Spawner gehört? Ähm, weiß ich nicht Wie hört sich ein Spawner an? Keine Ahnung, musst du mir sagen Das kann ich dir nicht sagen Ich bin auf Höhe 28 Krass Krass Danke Ja, jetzt haben wir wenigstens ne Tür Alter Alter, direkt noch nen Screenshot machen Ey, wer trinkt da? Ich, Wasser Weil ich's kann What the fuck? Alter Der zur Hölle war Craps Killer Hä? Wo? Ach, nichts, nichts, nichts Alter Ach so, ähm Keine Ahnung Keinen Bock nachzuschauen Anhalt Möcke nachzuschauen